Ach Leute, scheiß doch drauf. Was rum ist es rum? Ich spiel weiter. Ähm, okay, wo waren die Tasten hier? Ähm, ich mach gleich weiter. Und hier ist dieses Chapter X. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Level. Okay. Und die sind jetzt richtig haarig. Ähm. Okay, was mach ich jetzt? Okay. Da das gleich alles wegfliegt. Okay. So, da haben wir's. Und, okay. Oh. Okay. Oh. No. Moment. Ja, Moment. Das Ding darf da nicht rein. Das ist der Trick. Okay. Was macht der? Ah, okay. Nee. Ich darf mich einfach nicht bewegen, wenn ich da unten schon gelandet bin. Einfach nicht bewegen. Das passt dann schon. Ich muss einfach aufpassen, dass die Teile da nicht reingehen. Und jetzt einfach Maul aufmachen. Hallo, liebe Freunde. Dies ist das Let's Play vom Igel. Oh. Wop. Ich werde jetzt hier stehen und alles aufessen, was mir ins Gesicht fliegt. Oh. Lecker, lecker, lecker. Ja, ja. So ist das. Und da kommt der Nächste. Plopp. Okay. Ähm. Plopp. Okay. Und da ist der Letzte. Plopp. Okay. Weil sofern da unten was reinkommt, ist hier Schicht im Schacht. Okay. Aber jetzt ist problematisch. Grund, ich komme da nicht hochgesprungen. Ach. Ich hätte immer rüberspringen müssen. Ah. Leute. Das war's. Hm. Das war falsch. Ja, das war falsch. Okay. Das funktioniert so nicht. Ich muss immer rüberspringen. und die Dinger abpassen. Okay. Das ist gar nicht so leicht. Jetzt kommt der Erste. Hop. Okay. Hm. Das ist ja schwerer, als ich dachte. Okay. Naja, es geht. Es ist alles machbar. Hop. Ups. Nupsi, nupsi, nupsi. Nooos. Okay. Es war nichts wieder gewesen. Ah, das Timing ist hier ganz, ganz groß. Ähm. Okay. Wenn er runterfällt, einfach springen. Ja, das passt. Sofern er anfängt, sofern er an der Kante ist, springe ich los. Und los. Das passt perfekt. Okay. Man muss einfach nur die richtigen Stelle wissen. Das muss ich natürlich beim anderen auch wissen. Ich würde sagen, so ein Block. Vorher. Oh, 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 oh. Okay. Okay, das ging ein bisschen schnell gerade. Weil ich noch gerade im Sprung war. Und jetzt. Perfekt. Na gut, den letzten hätte ich gar nicht mehr machen brauchen. Da wäre ich schon lange im Ziel. Naja, egal. Habe ich trotzdem eingesammelt. Ich habe alles mitgenommen. Saved Puyuk 5. Virus detected 8. Ja, wie gesagt, da steht immer Rotze. Wer darauf geachtet hat, hat es gesehen. Gut, was muss ich tun? Ich habe volle Kotze. So, wenn ich da drauf drücke, gehen die beiden weg. Okay. Ja, ja, richtig, 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 richtig. Bitte. Ja, der erste kommt schon. Und. Ja, das war's. Hm, okay. Dann. Wenn ich ins Wasserbecken schwimme, komme ich aber nicht wieder raus. Äh. Ich kann auf jeden Fall jetzt hier mal was fressen und was rüberspucken. Das wird auch funktionieren. Aber ich komme nicht zurück. Nee, das wird nichts. Also wieder zurückkommen kannst du vergessen. Das würde nichts werden. Das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Nein, nein. Nein, nein. Okay. Das wird wohl nichts werden. Nein, 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 nein. Und hoch und Feuer. Ja, die Waldfäern. Und runterspucken. Na, okay, das war's. Nee, okay, das wird nichts. Ich muss wirklich Glück haben. Einfach rüberspucken und einfach, einfach drauf hoffen, dass einer rüberfliegt. Sonst wird's nichts. Okay. Möglichst weit vor. Und Feuer. Also, dass zwei rüberfliegen. Nicht nur einer. Es müssen zwei rüberfliegen. Ja, einer. Einer ist drüber wieder. Ja, das war's. Okay. Scheiß schwere Spiel. Muss ich zugeben. Äh, scheiß schwere Runde. Also, ja gut, ich meine, das ist nicht schwer. Das ist einfach nur Glück. Ich spuck einfach mal nach unten. Vielleicht funktioniert das. Gar nichts. Okay. Ah, das ist jetzt richtig kacke. Also, ein rüberzukriegen scheint nicht so schwierig zu sein. Aber zwei rüberzukriegen, da scheiden sich die Geister. Kurz ausführen. Und jetzt nochmal weiterspucken. Um ein bisschen Mischungsverhältnis reinzubringen. Okay. Kommt das rüber? Nö. Naja. Äh. Okay. Ja, das ist jetzt hier wirklich nur eine Frage der Zeit. Ähm. Bis das hier gemacht ist. Ähm. Ähm. Bonus Chapter. Bonus Chapter. Ja, bitte, 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 bitte. Komm mir sogar, wäre ich entgegengeflogen wieder. So ein Scheiß hier. Ähm. Ein Katerchen liegt hinter mir. Wie süß. Naja. Okay. Ähm. Ja, wenn ich da ein bisschen runter könnte. Aber ich habe keinen Schwarzen. Ich habe nur den. Okay, das war nichts, ich bin zu weit hoch gegangen Ich muss ein bisschen gegen drücken, weil er sonst... Ach so Das könnte auch funktionieren Ich kotze mich erst voll hier Mach dann so Und versuch's dann rüber zu feuern Ja, zwei Tropfen sind drüber Und der andere Komm, ja, und weg, und drin Okay, weiter geht's mit dem Bonus-Chapter Chapter X Chapter X, Level 3 Level 3 So, was geht hier ab? Da ist ein Knöppel Kleiner, lass meine Papers in Ruhe Du bist? Okay, da ist Säure drin, die irgendwie zu viel Säure da drin ist Und das schwappt irgendwie über Okay, nice Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Ah, da kommt die Säurefontäne Oh Gott Okay, das darf ich nicht tun Okay, gut, dann erstmal weg hier Weil da kommt immer Säure rausgeschwappt oben Okay, ähm Das verstehe ich nicht Was passiert denn noch, wenn ich den Knopf drücke? Ach, dann ist da oben die Säure, gut Ich muss es eigentlich nur überleben, so lange Okay, das heißt, ich muss mir mit dem Schwarzen ein Schild bauen Und mich dann irgendwo unterstellen Okay Und jetzt durch hier Ab durch die Mitte Ne, durch die Seite Okay Okay, und jetzt wollen wir mal probieren Oh, die Säure kommt da durch Oh Gott Naja Fast geschafft Und da käme dann dieses Ding durch Okay Ja, naja gut Okay Das wird so nix Ähm Vielleicht kann ich ja das Ding hier irgendwie schon direkt Im Ansatz aufhalten Ja, das könnte klappen Nicht die, äh Nicht die Merkmale bekämpfen Sondern die Ursachen, nicht wahr? Bro Okay Bro 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 Nein Bro Das wird nix Ähm Bro 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 Okay Jo Ja, ja glotz nicht so du Heinz Ja, hehehe Das hat ja richtig gepasst Okay Ficken Das dauert viel zu lange Dass endlich diese Scheiße kommt Ich muss jetzt nur so lange überleben, bis das Ding kommt Ich kann mich an diese Runde erinnern, die ist echt scheiße, Mann Ähm Was ist denn das? Das hab ich auch noch nie gesehen Okay Es wäre halt schön Okay, wir versuchen es mal mit einem kleinen Schirm hier Okay Oh, da kommt einer von oben Der kommt von oben, der kommt gleich durch, der kommt gleich durch Oh, ich muss hier weg Ach, leck mich doch Hm, ich brauch irgendwie Eine Möglichkeit da auszuweichen oder sowas Das wäre echt schon schön Okay, also jetzt machen wir uns nochmal einen Schirm Würde ich sagen, okay Okay Da machen wir hin Das war's für heute.